Wie gut ist eigentlich das Haar-Styling-Produkt? Da Wax von Da Dude. Verpackung, ein Bambustiegel. Wertig, aber nicht mein Style. Geruch. Leicht zitrisch. Gut. Ingredients. 80% vollkommen unbedenklich, 20% leicht bedenklich. Das Produkt verspricht super starken Halt und man muss nur wenig von einem Produkt nehmen. Mal gucken, ob das stimmt. Meine aktuelle Vorher-Frisur. Erstmal Haare waschen. Schön trockentupfen. Und an der Luft trocknen lassen. Zwei Drops Arganöl. Der Duft ist einfach nur göttlich. Ideal als Pre-Seller geeignet. Und ich pre-style genau in die Richtung, in der später auch die Frisur liegen soll. Die Konsistenz des Produkts ist hart, leicht creamy, aber vor allem sehr, sehr klebrig. Das Produkt lässt sich nicht so gut in den Händen verteilen. Man muss das wirklich extremst aufwärmen. Denn das ist wirklich klebrig wie Honig. Kommen wir zum Styling. Feiner Kamm dazu. Haarspray zum Fixieren. Oh, wollte ich nicht. Styling funktioniert okay bis gut, aber alles andere klebt danach wie Sau. Starker Halt trifft auf jeden Fall zu. Man braucht, wie gesagt, noch nicht mal Nahrspray. Das Finish vom Produkt ist relativ natürlich, aber meiner Meinung nach nicht komplett ideal, weil es möglicherweise auch ein bisschen klebrig in den Haaren aussehen kann. Wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Die Austauschbarkeit ist medium. Es geht nicht ganz so leicht aus den Händen heraus und auch nicht ganz so leicht aus den Haaren. Der Preis liegt bei 25 Euro. Ihr bekommt allerdings 100 Milliliter dafür, mit denen ihr wirklich lange rauskommt, weil ihr wirklich nicht viel von Produkten nötigt. Für wen ist dieses Produkt geeignet und kann ich das Produkt empfehlen? Ja, das Produkt kann man schon empfehlen. Allerdings muss man wirklich aufpassen beim Auftragen des Produktes, damit sich das Produkt auch überall in den Händen als auch in den Haaren verteilt und nicht verklumpt. Das Produkt ist aber vor allen Dingen für Leute mit kurzen Haaren geeignet, eher dicke Haare haben und die mit der Klebrigkeit des Produktes gut klarkommen. Totale Punktzahl! Der Wax von der Dude bekommt 36 von 50 möglichen Punkten. Link zum Produkt, wie immer, unten in der Infobox. Und jetzt viel Spaß beim Haare-Style.